Du hast ihn echt weglaufen lassen, ne? Ne, ich hab ihn bloß nicht getroffen. Ja, davon getroffen. Den Scheindämpfer auf jeden Fall. Scheindämpfer kann ich nicht benutzen. Schein Auto. Ich hab hier keinen Schuss auch getroffen. Ich hab hier keinen Schuss auch getroffen. Ich hab hier viel Munition, ich muss aufpassen. Das solltest du tun. Hab ich nicht getroffen, Alter? Ich hab hier keinen Schuss. Ich hab hier keinen Schuss getroffen. Ich hab hier keinen Muni mehr, glaub ich. Du hast keine Muni mehr? Ja, er hat keine Muni mehr, aber ich treff ihn nicht. Und ich hab keine Muni mehr. Äh, ich seh das gerade. Du hast mega viel verballert. Ja. Unser Neibord ist tot, okay. Dann schießt schon wieder. Aber nicht auf mich. Steig jetzt Auto und Klausel. Ja, ich hab versucht. Aber das Auto ist nicht so sicher wie mit, äh, zu Fuß. Das Auto viel zu laut ist. Ja, damit könntest du ihn überwaffen. Ja, und er kann mich rausschießen. Oh, also eine 50-50 Chance. Entweder du überlebst oder du stirbst. Oh, ich hab das Auto sogar ganz schön kaputt geschossen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Fuck. Gut? Nein, nein. Ich muss jetzt mal hier hin. Ah, da oben. Du kannst dich eigentlich nur versuchen, ins Auto zu setzen und abzauern, weil du keine Muni mehr hast. Geh nicht, weil der Wagen ist kaputt. Also die Wheels. Ich kann nur versuchen, dass er weg geht. Weil er mich jetzt nicht mehr sieht. Also doch wohl ernsthaft, nicht ernsthaft, oder? Ich kann nur sagen, dass er nicht mehr ist, dass er nicht mehr ist, dass er nicht mehr ist. wenn ich mein schuss fällt er versteht dass du da weg musst ja irgendwas in der nähe wo ich irgendwie hingehen kann und was zu looten da fuck da steht die auf mich das ding ist die schütze ich ja eh nicht auf einem lab die laufen nicht die könnte hier laufen ich höre schon wieder schlüssel es geht nicht in meine richtung so ein fettes mg ich denke er ist oben drauf wo ist der obendrauf diesen komischen turm ich höre das nicht weil ich den turm vom stream einfach random hoch zu laufen und den weg zu ballern ja ist obendrauf auch random hoch und schieße ihn ab der ist noch nicht oben drauf aber ich kriege eine waffe eine munition sprengladung alter ich bin zu scouten da oben soll ich die m4 mitnehmen nein quatsch damit aber die ist besser habe ich mehr munition als ja warte mal kannst du nicht die round stunner kannst du glaube ich auch für deine benutzen die du hast da wird die gerade mehr geschossen probier es mal aus ich nehme jetzt die m4 mit munition holoside drauf da so hab ich für den nächsten ganzen magazin einer ist down hab einen muss mich selbst behandeln das holoside passt gar nicht drauf links neben mir ist da drauf doch neben mir ist noch einer ich habe ihn nachladen gehört ich weiß aber nicht von wo fuck von einem unterbeschuss da hab ich nie gesehen hab ihn hab ihn hab ihn zwei getötet einer ist noch noch sieben da einer ist noch hier in der nähe und schießt auf mich fuck 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 ok ok hab ich noch einen Silvekit hab ich nicht nein scheiße ich muss gucken von wo der Schuss kam ich hab gedugt und warte bis er die Treppe hochkommt ok anders bleibt mir nicht übrig so medikit mäßig auch nicht mehr so auf dem damm ne ne wenn ich so ich bin doch schon übel angeschossen und ich hab keinen medikit mehr mit ich hab einfach mal ne granate raus obwohl ne ich hab Angst dass das hier abprallt und dann ich hab einfach mal um eine ablenkung zu machen wird die luke schließen wenn ich du ja ne dann da oben warten perfekte campingposition ich kann mich nicht ich kann mich nicht boah alter ich schiss da so gegen ich will mal wissen von wo alles klar hab ihn er ist down ich hab drei stücke Kiltjäger alle tot ich geh jetzt looten ja ich bin sicher ja es wird keiner mehr geschossen darfst du hoffen dass einer von denen medikit dabei hat das wäre perfekt das wäre perfekt das wäre perfekt das wäre perfekt das wäre fein das wäre fein das wäre fein komm da der job hat hundertprozentig medikitz was ist das ja ja das ist bei mir in der nähe aber ich habe das gefühl dass er wieder zurückkommt und bomben fallen lässt ja auch später da ist keine bomben fallen glaube ich die macht nur Supply Crate ja auf jeden Fall kommt er zurück ja der fliegt immer so ne runde lauf zu dem Supply Crate hin ey der ist bomben fallen fuck da ist keine bomben fallen nein aber der Supply Crate ist doch gar nicht oh du bist doch gar nicht in der Bombing Zone oder? du bist doch gar nicht in der Bombing Zone ne aber das macht er immer der lässt dann immer Bomben fallen erst Supply Crate rausschmeißen und dann Bomben fallen lassen ich geh zu dem Supply Crate hin du hast aber auch oder? ja klar egal wenn du die Runde gewinnst das wäre echt mega dann ärgere ich mich noch mehr dass ich mich erschießen lassen naja ich habe ja gesagt mach das nicht dann würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch ziellos und dann mal nach halben laufen ach quatsch oh wie viel geiles Zeug gelegt er da ooooh Digger Taucheranzug nehm dir Muni mit ja scheiß auf die Klamotten fettes Sniper ne richtig dicke Sniper also ich nehme jetzt die Sniper mit aber da habe ich keinen Dings für aber ich habe jetzt hier nochmal Munition gefunden Mk20 C ich guck erstmal weiter bevor ich hier überhaupt irgendwas ich bin tot ich bin tot scheiße da ging es zu Ende und ja das ist ja ich bin tot